Ich bin sofort da und sobald ich auf dem Schiff bin, äh, brin, brin, auf dem Schiff, brin, auf dem Schiff bin. Das gibt's doch nicht. Toll, Doppel-K.O. Na, danke. Und wieder zurück, da drüben sind nämlich welche. Wo bist du, da? Da war's. So, das Ding fliegt runter, das ist Schiff. Ja. Ja, es, äh, es dürfte da doch jetzt mal reichen. Wie viele... Ich bin gleich wieder... Wieso verkacke ich denn jetzt auf den letzten Metern so oft? Wieso verkacke ich so oft auf den letzten Metern jetzt? Das wird aber nicht viel bringen, denke ich, schätze ich mal, weil ich muss da rauf. Ich muss... Wo sitzt du denn, verdammt? Du Kackvieh bist das. Da ist er. Wir müssen unterhalb landen und uns hochkämpfen. Oder wir fliegen dieses Ding nach Paris. Setz mich ab, wenn du willst. Das ist nicht dein Problem, Booker. Ich lass dich nicht im Stich. Nein. Nicht wahr? Dieses Nein-nicht-wahr kam gerade sehr melancholisch. Sieh mal! Skylines überall auf dem Flaggschiff. Sie sind voll mit diesen Patriot-Kapseln. Von dort aus müssen sie abgesetzt werden. Ich würde da nicht hingehen, solange diese Kapseln da sind. Comstock ist ganz oben auf dem Schiff. Los, rauf! Was für einen Befehlst du denn, die jetzt auch einmal hat? Schieh dir die Wette an, mein Kind. Er hat etwas an sich, das man nur schwer einschätzen kann. Bald wirst du sehen, wie ich bin und wie er nicht ist. Vielleicht... Was? Achso, okay. Äh, ja. Okay. Vielleicht möchte ich ja gar nicht so sein, wie du. Schon mal darüber nachgedacht? Ähm, okay. Ich weiß nicht, ob es gut ist, hier lang zu gehen, aber... Elisabeth. Bitte sehr! Ich weiß nicht, ob es gut ist, wenn ich bin. Ich weiß nicht, wie du Ähm, mach mal bitte. Oh. Bitte sehr. Vielen Dank. Sorry, wenn ich jetzt gerade wieder ein bisschen leiser bin, aber ich muss mich gerade konzentrieren. Oh, tödliches Erbiet. Gefangenen von Männern. Ein Dollarbill. Aber, ähm. Wir können ja nochmal einen Crenenboost holen, rein theoretisch. Erhöht die Dauer von Betäubungen. Oder Schockkette Hilfe. Verleiht die Fähigkeit, Blitzschläge von einem Gegner zum nächsten springen zu lassen. Das ist das Geld, aber kostet 1265. Und ich glaube, ich würde lieber das Geld sparen. Weil ich wahrscheinlich noch ein paar Mal sterben werde. Ähm. Ist hier noch irgendwas? Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Okay, da, de, da, de, la, la, la. Medipacks. Bin ich schon oft genug? Danke. Oh. Gut. Ich gehe die andere Seite. Was mir nicht viel bringt. Mal kurz die Crenen nochmal, bitte. Okay. Nein. Falsch. So. Das ist dein Pech. Danke. Danke. Bringt dir nichts. Ein paar Salze wehren, perfekt. Ich stehe doch. Ich weiß nicht, was du hast. So. Nee, du hast mich nicht. Jedenfalls noch nicht. Hier bin ich. So. Bevor ich die Skyline nutze, gehe ich nochmal hier hoch. Denn da hinten habe ich noch Salze gesehen. Richtig. Mein Auge drückt mich doch nicht. Ich glaube, wir kommen doch nur über diese Skylines an Comstock ran. Dann bin ich ja sogar richtig gelaufen. Mann, bin ich, äh... Gut. Glaub ich, oder? Nein, ich bin doch völlig falsch. Na, jetzt. Oh. Box. Salz. Voll. Schade. Dann würde ich sagen... Diese Skylines führen hoch zum nächsten Deck. Wenn wir diese Kapseln wegschaffen, könnten wir damit auf die oberen Decks gelangen. Wenn du es sagst... Machen wir die Skyline mal frei. So wollen wir sie frei. Ich habe die Saat des Feuers gesehen, die das Sodom unter uns auf das Kommen des Herrn vorbereiten wird. Aber nicht ich werde das Banner den Berg hinauftragen. Diese Aufgabe obliegt dir, Elisabeth. Sie obliegt dir. Die Skyline ist frei, Booker. Warum obliegt das Elisabeth... Wie soll ich das Elisabeths aufgaben? Auf einer Seite unseres Lams steht der falsche Hirte. Auf der anderen die Überreste der gottesschwesterlichen Vox Populi. Wer von euch Männern kehrt nicht freudig ein zu Gott, damit sie ihr Schicksal erfüllen kann? Freut euch! Freut euch! Der Tod hat keinen Stachel! Wenn du aber einen Stachel haben willst, kann ich dir gerne einen reinrammen. Eigentlich bin ich nicht abgaulich. Ich guck mich nur mal ein bisschen um. Schrot findet haben wir ja. Okay. Mach's! Schon dabei! Achso! Da hinten kommen schon die Nächsten. Steckt sie! Der Sintel! Der Sintel! Das ist deine Schuld! Dass du Kopfschmerzen hast? Ja, das stimmt. Das ist meine Schuld. Wo denn? Ich wollte ganz gerne Munition haben. Da ist die Steuerung. Schaffen wir die Kapseln von den Strecken. Sofort. Nachher habe ich hier noch wieder irgendwas übersehen. Und dann würde ich mir selber den Arsch beißen, dass ich hier irgendwas übersehen habe. Aber hier ist nichts mehr. Und die nächste Skyline freimachen, bitte. Na klar. Na klar. Danke dir. Oh. Du hast mich noch längst nicht vorgestellt. Hab zwar keine Ahnung, wo du bist, aber okay. Warum greift uns eigentlich jetzt komplett alles an? Vox Populi, Kommstok, alle. Auf den Transporter. Was? Was? Jetzt lass mich hier weg. Ja, ich bin noch da. Guck mal hier. Das zieht sich ganz schön. So. So, wo seid ihr denn? Natürlich ein Prophet. Ist klar. Verkubert ihr euch mal rum. Danke. Sofort, aber der Weg hier nicht. Alter. Boah. Nicht. Mist. Mist. Wo bin ich jetzt gelandet? Bist du denn? Hier unten sind wir wieder. Alter, das ist doch unglaublich, was die für ein Damage machen. Ist mir schon klar. Wo ist er? Wo kommt er denn? Da ist er. Der ist auf dem Schiff noch drauf, aber warum? Der ist auf dem Schiff noch drauf. Der ist auf dem Schiff noch drauf. Leute. Ja, ist mir schon klar. Ich muss aber erst mal... Oh, Alter, hier regt ein auf. Jetzt geh doch mal... Alter, wieso bleibt er denn jetzt hier hängen, verdammt? Bleibt an so einem kleinen Fizzelchen hier hängen. Alter, habt ihr Spaß? Alter... Alter... Alter, auditor... Alter, wer's sonst da? Oh, ja...